Lang, lang ist zäher, aber naja, man hat eben nicht immer Zeit. Ich möchte euch heute einen Auszug aus einem Buch vorlesen, das ich sehr interessant fand. Das Buch heißt Grenzen der Toleranz, geschrieben von Michael Schmidt-Salomon. Ich kann mir vorstellen, dass einigen von euch sein Name bereits bekannt ist. Wenn euch der Inhalt der Lesung zusagen sollte, dann empfehle ich euch, das Buch selbst einmal in Gänze zu lesen, ist als Taschenbuch durchaus erschwinglich. Das Kapitel, das den größten Teil der gut ein Dutzend Seiten langen Lesung ausmachen wird, trägt den vielversprechenden Titel, der islamische Faschismus. Nur die allerwenigsten Menschen zeigen sich erfreut, wenn sie mit Argumenten konfrontiert werden, die ihr mühsam aufgebautes Feindbild erschüttern. Diese Erfahrung musste auch Hamid Abdel Salmat machen, auch er erntete wütende Proteste, weil er liebgewordene Feindbilder angriff. In seinem Fall kam die Empörung allerdings nicht von rechten Islamkritikern, sondern von linken Islamkritik-Kritikern. Einige Linke werden es Hamid wohl nie verzeihen, dass er ihnen die Möglichkeit genommen hat, mit der ebenso handlichen wie effektiven Nazi-Keule auf die islamkritische Szene einzuschlagen. Dabei kann man zunächst durchaus nachvollziehen, warum der Faschismus-Vorwurf überhaupt gegenüber Islamkritikern erhoben wurde. Schließlich sind, wie wir am Beispiel Pro Köln gesehen haben, in der islamkritischen Szene tatsächlich Gruppierungen verheimatet, die dem extrem rechten Milieu zuzuordnen sind. Dennoch war der Versuch, die gesamte Szene in die rechte Ecke zu verorten, ein sehr durchsichtiges Manöver. Viel zu offensichtlich war nämlich, dass die Islamkritik eben nicht nur von rechts außen kam, sondern gerade auch von Autorinnen und Autoren, denen es um die Achtung der Menschenrechte, um die Freiheit des Individuums, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Herstellung von Chancengleichheit geht. Was man früher einmal dem linken Spektrum zugeordnet hätte, auch wenn das schlichte Links-Rechts-Schema schon immer eine höchst problematische Angelegenheit war. Der Versuch, Islamkritik generell als Ausdruck eines rechten oder gar faschistischen Denkens zu diskreditieren, geriet letztlich aber vor allem dadurch unter Druck, dass immer mehr Menschen zu der Einsicht gelangen, dass der moderne Islamismus selbst als eine faschistische Bewegung gewertet werden muss. Dies versetzte die antifaschistischen Islamkritik-Kritiker in eine schwierige Lage, denn wenn es richtig ist, den Islamismus als eine Variante des Faschismus zu betrachten, müsste nicht mehr die Kritik, sondern vielmehr die unkritische Verteidigung des Islam, als Unterstützung rechtsextremen Gedankenguts eingestuft werden. Wohl niemand hat dieser Denkfigur schlagkräftigere Argumente geliefert, als Hamid Abd al-Samad in seinem Buch Der Islamische Faschismus. In dem 2014 erschienenen Bestseller begründet Hamid, worin er die Parallelen zwischen Islamismus und Faschismus sieht. Die zentralen Thesen seines Buchs hatte er bereits einige Monate zuvor in einem Vortrag in Kairo vorgestellt. Gleich mehrere ägyptische Geistliche riefen daraufhin zu seiner Ermordung auf, sodass Hamid untertauchen musste und bis heute unter Polizeischutz steht. Ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass der Islamismus, wie jede andere totalitäre Ideologie, keinerlei Widerspruch duldet. Selbst wenn Hamid auf diese Art der Beweisführung sicherlich gerne verzichtet hätte. Auch in Deutschland sorgte der Vergleich von Islamismus und Faschismus für helle Aufregung, allerdings aus anderen Gründen. Einige Kritiker waren allein schon darüber empört, dass es überhaupt jemand wagen konnte, einen solchen Vergleich anzustellen. Für sie stand von vornherein fest, dass eine solche Argumentation auf eine gefährliche Verharmlosung des Faschismus bzw. eine nicht minder gefährliche Dämonisierung des Islams hinauslaufen müsse. Andere, etwas nichtternere Stimmen, wiesen darauf hin, dass der Begriff Faschismus die totalitären nationalistischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts in Italien, Deutschland, Spanien und Kroatien beschreibe und es unsinnig sei, ihn auf eine politisch-religiöse Bewegung anzuwenden, die weder durch eine nationalistische Ausrichtung gekennzeichnet sei, noch relevante historische Bezüge zum europäischen Faschismus aufweise. Wie wir bereits am Beispiel Rassismus gesehen haben, ist es in der Tat problematisch, Begriffsdefinitionen so weit auszudehnen, dass sie ihre Substanz verlieren. Das Argument, dass Heimels Sprachgebrauch zu einer Aushüllung und damit auch zu einer Beliebigkeit des Begriffs Faschismus führen könnte, ist daher ernst zu nehmen. Allerdings sollte man in diesem Zusammenhang einen wichtigen Punkt nicht übersehen, nämlich dass nicht nur eine maßlose Erweiterung, sondern auch eine allzu starke Verengung eines Begriffs den Blick auf das Wesentliche verstellen kann. Der Begriff Faschismus bietet dafür ein anschauliches Beispiel. Als Begriffspurist könnte man dafür plädieren, und einige haben dies auch getan, dass der Begriff Faschismus allein das bezeichnen sollte, was er ursprünglich meinte, nämlich den italienischen Faschismus unter Mussolini, der 1919 die Faschi di Combattimento gründete und mit dem Partizio Nazionale Fascista beziehungsweise dem Partizio Fascista Republicano von 1922 bis 1945 über Italien herrschte. Nach dieser Begriffsdefinition wären Hitler, Goebbels und Göring keine Faschisten gewesen. Und die heutigen Antifaschisten müssten sich ein neues Label suchen, da der Kampf gegen fanatische Mussolini-Anhänger außerhalb Italiens kein allzu spannendes Aufgabengebiet darstellen dürfte. Der Vorteil einer solch engen Begriffsdefinition besteht darin, dass sie uns für die Unterschiede sensibilisiert, die zwischen dem italienischen Faschismus, dem deutschen Nationalsozialismus, dem spanischen Frankiismus oder dem kroatischen Ustascha-Regime bestanden. Sie hatte aber zugleich den Nachteil, dass wir aus den Augen verlieren, wie groß die ideologischen Stundmengen zwischen diesen Bewegungen waren, wie sehr sich die jeweiligen Führergestalten aufeinander bezogen und wie eng sie miteinander kooperierten, um ihre Ziele in die Tat umzusetzen. Machen wir uns in diesem Zusammenhang bewusst, Begriffsdefinitionen sind in erster Linie Werkzeuge, deren Güte wir danach beurteilen können, ob sie uns helfen, Probleme zu lösen. Was heißt das, bezogen auf die Definition von Faschismus? Nun, hier scheint es einigermaßen einleuchtend zu sein, dass wir die Dinge insgesamt etwas klarer sehen, wenn wir den italienischen Faschismus nicht isoliert betrachten, sondern ihn als Teil eines umfassenderen politischen Phänomens begreifen. Nur aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, die verschiedenen Varianten dieses Phänomens trotz der jeweiligen Unterschiede unter einem gemeinsamen Begriff zu fassen, nämlich Faschismus. Die Frage, die sich hier stellt, lautet, ob Hamid Abdel-Samads Erweiterung des Faschismusbegriffs in ähnlicher Weise zu größerer Klarheit beitragen kann oder ob es sich beim islamischen Faschismus um einen in sich widersprüchlichen Begriff handelt, etwa vergleichbar mit Kulturrassismus, der mehr Unklarheiten erzeugt, als er beseitigt? Ist der Begriff des islamischen Faschismus am Ende gar eine imperialistische Killer-Phrase, mit der die Vertreter des Islam mit unlauteren Mitteln in die braune Ecke gestellt werden sollen? Um dies entscheiden zu können, sollten wir uns der gleichen Kriterien bedienen, die es als gerechtfertigt erscheinen lassen, den ursprünglich nur auf Italien bezogenen Faschismusbegriff auf andere totalitäre Bewegungen auszudehnen. Wir müssen also zwei grundlegende Fragen stellen. Erstens gibt es hinreichend starke ideologische Gemeinsamkeiten zwischen dem europäischen Faschismus und dem vorwiegend außerhalb Europas beheimateten Islamismus. Zweitens finden wir hinreichend starke historische Bezüge zwischen Islamisten und Faschisten, etwa entwickelte Formen der Kooperation. Beide Fragen können mit einem klaren Ja beantwortet werden und es ist eine der Stärken des Buchs von Hamad Abdel-Samad, dieses in markanter Weise verdeutlicht zu haben. Beginnen wir zunächst mit der Frage nach den ideologischen Gemeinsamkeiten. Abdel-Samad definiert den Faschismus als eine politische Religion, deren Anhänger glauben im Besitz einer absoluten Wahrheit zu sein, wobei sie einem charismatischen, unfehlbaren Führer folgen, der mit dem heiligen Auftrag ausgestattet ist, die Nation zu einen und die Feinde zu besiegen. Die faschistische Ideologie zeichnet sich dabei insbesondere dadurch aus, dass sie ihre Anhänger mit Ressentiments und Hass vergiftet, die Welt in Freund und Feind einteilt, Gegnern mit Vergeltung droht, sich gegen die Moderne, die Aufklärung, den Marxismus und die Juden richtet und Militarismus und Opferbereitschaft bis in den Tod glorifiziert. Diese Definition von Faschismus ist zwar komprimiert, aber zweifellos korrekt. Hamad Abdel-Samad zeigt in seinem Buch auf, dass all die Eigenschaften, die für den Faschismus charakteristisch sind, auch auf den Islamismus zutreffen. Dies gilt nicht zuletzt auch für den Aspekt des Nationalismus, den Kritiker am ehesten anzweifeln. Denn der Islamismus ist stets auch mit dem Anspruch aufgetreten, die Nation zu einen, etwa in Ägypten oder im Iran, was vorragend über faschistische Methoden, etwa die Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Institutionen, erreicht werden sollte. Mitunter trat der Islamismus zwar mit einem globalen Anspruch auf, jedoch ist auch dies von der deutschen Variante des Faschismus bekannt. Der faschistische Traum von einer Vereinigung der arischen Völker und der nationalsozialistischen Diktat ist in diesem Punkt wesensverwandt mit dem islamistischen Traum von einer Vereinigung der Umar, der Gemeinschaft der Muslime, und der sunnitischen Kalifat. Kommen wir damit zu den historischen Bezügen. Wie der Faschismus hat sich auch der moderne Islamismus in den 1920er Jahren entwickelt. In beiden Fällen resultieren die ideologischen Allmachtsfantasien aus dem Gefühl der Demütigung. Im Falle des deutschen Faschismus aufgrund des verlorenen Weltkrieges und der Schmach von Versailles, im Fall des Islamismus aufgrund des unrühmlichen Endes des Kalifats 1924 und der Schmach der Niederlage gegen die europäischen Kolonialisten, die die wirtschaftliche, politische und kulturelle Rückständigkeit der muslimischen Gesellschaften aufgezeigt hatte. Angesichts der zahlreichen ideologischen Übereinstimmungen und der zeitgleichen Entstörung von Faschismus und Islamismus, ist es nicht verwunderlich, dass es zwischen den Vertretern beider Bewegungen zu regen Beziehungen kam. So nahm der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, bereits 1933 Kontakt mit den Nationalsozialisten auf, um ihnen seine Unterstützung im Kampf gegen das Weltjudentum anzubieten. Dass er hierzu eine besondere Eignung besaß, hatte er bereits in den 1920er Jahren bewiesen, als er seine Gläubigen unablässig zu Judenprogrammen aufhetzte. Das Nazi-Regime reagiert auf das freundliche Angebot des prominenten muslimischen Geistlichen, der als Präsident des Islamischen Weltkongresses von 1931 großes Ansehen unter den Muslimen genoss, zunächst zurückhaltend, da man die Briten, die Palästina verwalteten, nicht muskieren wollte. Als die Gründe für die Rücksichtnahme ab 1938 hinfällig wurden, begann eine Phase der intensiven Zusammenarbeit. Mit dem Geld und den Waffenlieferungen aus Deutschland konnte der Großmufti nicht nur die Propagandaleistung massiv erhöhen, sondern auch die Zahl der Attentate und Aufstände in Palästina und im Irak, was viele Juden das Leben kostete. Als die Briten 1941 weiter vorrückten, floh Al-Husseini zu seinen Bündnispartnern nach Deutschland, wo er zunächst von Ribbentrop und wenig später auch von Hitler empfangen wurde. Schnell zeigte sich, dass der Großmufti mit der nationalsozialistischen Ideologie in allen wesentlichen Punkten übereinstimmte. Und so erwiesen sich die Nazis als perfekte Gastgeber. Al-Husseini konnte in einem großen, arisierten Haus in Berlin residieren, verfügte über einen ansehnlichen Mitarbeiterstab und strich ein fürstliches Monatshonorar von mehreren 10.000 Reichsmark ein. Im Gegenzug sorgte der Großmufti dafür, dass die Botschaft des islamischen Faschismus unter anderem über die Nazi-Propagandasender Radio Zesen in viele Länder der islamischen Welt verbreitet wurde, was nicht nur seine eigene, sondern auch Hitlers Popularität enorm steigerte. Dabei trug Al-Husseini durch seine Aufrufe zum Heiligen Krieg gegen die Juden maßgeblich dazu bei, dass sich ein neuer, religiös begründeter Judenhass in den Köpfen festsetzte, den es so in der muslimischen Kultur zuvor nie gegeben hatte. Die Folgen dieser Propagandaleistung haben bis heute tödliche Konsequenzen. Al-Husseini war bei alledem nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch ein Mann der Tat. Ab 1943 kümmerte er sich in Zusammenarbeit mit Heinrich Himmler, der von der Kooperation von Nationalsozialisten und Muslimen begeistert war, persönlich um den Aufbau islamischer Einheiten der Wehrmacht und der Waffen-SS, die von speziell dafür ausgebildeten Imamen betreut wurden. Zu diesen Einheiten zählt unter anderem die mehr als 20.000 Mann starke muslimische SS-Division Hanscha, benannt nach einem arabischen Krummsäbel, die durch besondere Grausamkeit gegenüber der Zivilbevölkerung von sich reden machte. In Gesprächen mit Hitler, Himmler, Ribbentrop oder Eichmann rief der Großmufti immer wieder dazu auf, die Ausrottung der Juden in erwarmungsloser Konsequenz durchzuführen. So verhinderte er 1943 durch persönliche Intervention bei Himmler die Freileistung von 5.000 jüdischen Kindern, die auf die Initiative des Roten Kreuzes gegen 20.000 gefangene Deutsche ausgetauscht werden sollten. Es lässt sich heute kaum mehr entscheiden, ob Al-Husseini die Nazi-Grußen tatsächlich zur Endlösung der Judenfrage inspiriert hat und einer der leitenden Architekten der Endlösung war, wie einige meinen. Unbestritten ist aber, dass er zu den entschiedensten Befürwortern des Völkermordes zählte und frühzeitig in die Vernichtungspläne der Nazis eingeweiht war. Nach dem Krieg wurde Al-Husseini in mehreren Ländern als NS-Kriegsverbrecher gesucht, aber letztlich doch nicht angeklagt. Die Alliierten schreckten aus diplomatischen Gründen davor zurück, den zur damaligen Zeit wohl bekanntesten Repräsentanten des Islams auf die Anklagebank zu setzen. Ein verhängnisvoller Fehler, denn so konnte der Großmufti noch drei weitere Jahrzehnte den Virus des Judenhasses unter den Gläubigen verbreiten. Als Al-Husseini 1946 nach kurzer Haft in Frankreich in Ägypten eintraf, wurde er nicht als Kriegsverbrecher, sondern als strahlender Held empfangen. Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft, die im Krieg ebenfalls von den Nazis unterstützt worden war, ehrte den Mufti mit überschwänglichen Worten. Oh Armin, was bist du doch für ein großer, unbeugsamer, großartiger Mann. Hitlers und Mussolinis Niederlage hat dich nicht geschreckt. Was für ein Held, was für ein Wunder von Mann. Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin al-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Unzweifelhaft war Hassan al-Banna neben Amin al-Husseini die zweite große Leitfigur des modernen Islamismus. Wie der Großmufti war auch der Chef der Muslimbrüder, ein glühender Verehrer Hitlers und Mussolinis. In einem Artikel, den Al-Banna in den 1940er Jahren schrieb, kommt diese Verehrung klar zum Vorschein. Hitler und Mussolini führen ihre Länder in Richtung Einheit, Disziplin, Fortschritt und Macht. Sie vereinigten die Zerstrittenen unter einer Fahne, unter einem Herrscher. Und wann immer der Führer oder der Dutsche sprachen, horchte die Menschheit, ja, das Universum, in Ehrfurcht. Eben diese Ehrfurcht, diese Einheit und Disziplin unter einer Fahne, einem Führer, wünschte sich Al-Banna auch für die Muslime. Um diesem Ziel näher zu kommen, orientierte er sich nicht nur an der Ideologie, sondern auch an den Organisationsstrukturen der Faschisten. So schuf Al-Banna einen geheimen Apparat innerhalb der Bruderschaft, der dem Vorbild der Gestapo folgte und brachte Terrormilizen auf die Straße, die nach dem Vorbild der SA für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgten. Das faschistische Motto, ein Volk, ein Reich, ein Führer, münzte eher in ein islamistisches Motto um, das die Ausrichtung seiner Bruderschaft bis zum heutigen Tag prägt. Der Koran ist unsere Verfassung, der Prophet ist unser Führer, der Dschihad ist unser Weg und der Tod für Allah ist unser höchstes Ziel. Hassan Al-Banna war es nicht vergönnt, seinen Traum vom islamisch-faschistischen Gottesstaat in der Realität umzusetzen. Dies gelang erst drei Jahrzehnte später einem Mann, der neben Al-Husseini und Al-Banna als die dritte große Leitfigur des modernen Islamismus genannt werden muss, Ayatollah Khomeini. Wie man heute weiß, verfolgte Khomeini die faschistischen Botschaften des Großmuftis über Radio Zesen im Iran der 1940er Jahre ebenso begeistert, wie es der Chef der Muslimbrüder in Ägypten tat. Und der schiitische Geistliche erwies sich dabei als ein mindestens ebenso gelehriger Schüler. Sofort nach seiner Machtergreifung im Iran setzte Khomeini alle wesentlichen Elemente des islamischen Faschismus um, unter anderem die Ausrichtung des Staatsapparats auf einen Führer der Bewegung, Khomeini selbst, Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Institutionen, einschließlich der Presse, Ersetzung des säkularen Rechtssystems durch die Scharia, Verfolgung und Ermordung der weltanschaulichen und politischen Gegner, Einschüchterung der Bevölkerung durch radikale Milizen in der Öffentlichkeit und einen übermächtigen Geheimdienstapparat im Verborgenen, sowie Aufbau einer gigantischen Propagandamaschinerie zur multimedialen Verbreitung der Ideologie, radikales Freund-Feind-Denken, eliminatorischer Judenhass, Glorifizierung des Märtyrer-Todes und so weiter. Obgleich Khomeini der verhassten Minderheit der Schiiten angehörte, 180% der Muslime weltweit sind Sunniten, löste er einen weltweiten Boom islamistischer Bewegungen aus. Hamad Abdel-Samad schreibt zu Recht, Die iranische Revolution des Jahres 1979 war ein politisches Erdbeben, das damals den Nahen Osten und die ganze Welt erschütterte. Die Revolution im Iran war ein Weckruf für Islamisten weltweit. Schließlich hatte Khomeini bewiesen, dass der Traum eines islamischen Faschismus, die Errichtung eines totalitären Gottesstaates in einer zuvor eher säkular geprägten Gesellschaft, Wirklichkeit werden kann. Außerdem hatte er in Zusammenarbeit mit der Hisbollah aufgezeigt, wie leicht es ist, die Ungläubigen mit Selbstnotattentaten in Panik zu versetzen. Denn die Ungläubigen besitzen im Unterschied zu den Märtyrern des Glaubens eine empfindliche Schwäche, die sich im Dschihad wunderbar ausnutzen lässt. Sie lieben das Leben sehr viel mehr als den Tod. Halten wir fest. Zwischen Islamismus und Faschismus gibt es nicht nur bemerkenswerte ideologische Beeinstimmungen, sondern auch vielfältige historische Bezüge. Alles in allem verbindet den deutschen Faschismus mit dem islamistischen Faschismus vermutlich sogar mehr als mit dem italienischen oder dem spanischen Faschismus, etwa im Hinblick auf den fanatischen Willensausrottung der Juden oder die kultische Verehrung der jeweiligen Märtyrer der Bewegung. Der Begriff des islamischen Faschismus ist daher keine imperialistische Killer-Phrase, sondern ein nützliches Werkzeug der Erkenntnis, das uns hilft, die komplexe Welt, in der wir leben, ein wenig besser zu verstehen. Vor einer unsachgemäßen Verwendung des Begriffs islamischer Faschismus muss dennoch gewarnt werden. Aus der Tatsache, dass Al-Husseini, Albana und Khomeini Faschisten waren und viele ihrer heutigen Verehrer Faschisten sind, lässt sich selbstverständlich nicht ableiten, dass die Muslime mehrheitlich faschistisch denken oder dass der Islam zwingend in einer faschistischen Weise interpretiert werden müsste. Islamkritiker, die zu verschwörungstheoretischen Positionen neigen, sehen das natürlich anders. Sie legen zur Untermauerung ihrer These, dass der Islam an sich bereits inhuman, blutrünstig, genuinfaschistisch sei, körperweise Zitate aus dem Koran und den Hadithen, den Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, sowie aus den Schriften diverser muslimischer Rechtsschulen vor. Und es ist in der Tat verstörend, was man hier zu lesen bekommt. Viele dieser Texte quellen Überfahrhass und Gewaltfantasien gegenüber den anderen, den Andersdenkenden und Andersgläubigen. Bedauerlicherweise übersehen die allermeisten dieser alarmistischen Islamkritiker jedoch, dass sich ähnlich menschenverachtende Passagen auch in der Bibel und in den Werken vieler Kirchenväter, Päpste und evangelistischer Reformatoren finden lassen. Erstaunen sollte uns dies nicht, denn die Religionen entstanden nun einmal auf einer sehr viel früheren Zivilisationsstufe der Menschheit. Geprägt vom archaischen Stammesdenken ihrer Zeit, konnten sich Moses, Jesus oder Mohammed nicht mal im Entferntesten vorstellen, dass es irgendwann universelle Menschenrechte geben würde, die jedem Individuum, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, seiner Weltanschauung oder sexuellen Orientierung, das Recht auf freie Meinungsäußerung und körperliche Unversehrtheit garantieren. Zudem muss man beachten, dass Moses, Jesus oder Mohammed in ihrer Zeit kaum etwas wussten über die empirischen Rahmenbedingungen unserer Existenz, etwa über die Stellung der Erde im Kosmos, über die evolutionäre Entwicklung der Arten oder über die Spiegelneuronen in unseren Köpfen, die uns zum Mitleid und Mitfreude befähigen. Aus heutiger Perspektive war das Weltbild der zentralen Gründungsgestalten der Religion so unfassbar limitiert, dass leicht nachvollziehbar ist, warum die moralischen Gebote oder Verbote, die sie formulierten, nicht einmal im Entferntesten geeignet sind, den Anforderungen einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft zu genügen. Moses, Jesus und Mohammed waren Kinder ihrer Zeit, nicht unserer Zeit. Deshalb führt eine wortgetreue Interpretation der Tora, der Bibel oder des Korans notwendigerweise zu reaktionären Vorstellungen. Das fundamentalistische Beharren auf einer buchstabengetreuen Erfüllung der Vorgaben der religiösen Quellentexte ist keineswegs bloß ein Problem des Islam, sondern auch eines des Judentums und des Christentums. Dennoch wird heute nahezu ausschließlich über Islamismus gesprochen, nicht über Christianismus, ein Begriff, den man vergeblich im Duden suchen würde. Dabei sollte eigentlich klar sein, dass die Kriminalgeschichte des Christentums nicht weniger scheußlich ist, als die Kriminalgeschichte des Islam. Warum also wird vor einer schleichenden Islamisierung Europas gewarnt, nicht aber vor einer schleichenden Christianisierung? Vor allem, warum verweisen so viele Islamkritiker auf die blutrünstigen, menschenverachtenden Passagen im Koran, um zu belegen, dass gläubige Muslime niemals in der Lage sein werden, die Prinzipien der Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen zu achten? Und warum kommt im Gegenzug kaum jemand in den Sinn, die blutrünstigen, menschenverachtenden Passagen der Bibel heranzuziehen, um zu belegen, dass gläubige Christen von einem totalitären Gottesstaat träumen, der jeden Glaubensbriefler verfolgt, so wie es in früheren, christlicheren Zeiten gegen ihre Praxis war? Das auffällige Ungleichgewicht in der Argumentation hängt sicherlich nicht nur damit zusammen, dass viele Islamkritiker Christen sind und einen blinden Fleck bezüglich ihrer eigenen Tradition aufweisen. Es wird auch durch objektive Fakten gestützt. So sind nahezu alle Nationen, die in der Vergangenheit im christlichen Kulturraum zuzuordnen waren, heute demokratisch verfasst und haben eine säkulare Rechtsordnung entwickelt, die die Einhaltung der Menschenrechte garantiert. Die meisten muslimischen Nationen hingegen sind entweder nicht demokratisch verfasst oder weisen schwere Demokratiedefizite auf, zudem orientieren sie sich mehrheitlich an einer engen Interpretation des Scharia-Rechts, was zwangsläufig mit einer Missachtung von Menschenrechten einhergeht. Doch lässt sich aus dieser Tatsache ableiten, dass das Christentum an sich eine größere Nähe zur Demokratie und Menschenrechten besitzt als der Islam? Selbstverständlich nicht. Dies wird schnell klar, wenn wir einen Blick ins 20. Jahrhundert werfen. In den 1930er und 1940er Jahren waren über 90% der Deutschen entweder Katholiken oder Protestanten, heute sind es unter 60%. Wäre das Christentum an sich eine Religion der Demokratie und Menschenrechte, hätten sich diese überwältigende christliche Mehrheit den Nationalsozialisten zweifellos entgegengestellt. Worin also liegen die Gründe dafür, dass die deutschen Christinnen und Christen, abgesehen von einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen, der nationalsozialistischen Ideologie bis zum bitteren Ende gefolgt sind? Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Das Christentum der damaligen Zeit war in seinem Kern selbst antidemokratisch, antijüdisch, antimodernistisch ausgerichtet, teilte also wesentliche Züge der faschistischen Ideologie. Deshalb auch kam es zwischen dem Naziregime und beiden christlichen Kirchen zu umfangreichen Kooperationen. Es war kein Zufall, dass Hitler die nötigen Stimmen zur Durchsetzung des Ermächtigungsgesetzes ausgerechnet von der katholischen Zentrumspartei erhielt. Dass katholische Bischöfe noch bis in die letzten Kriegsmonate für den Führer beteten und zahlreicher NS-Kriegsverbrecher nach dem Krieg über den Vatikan nach Südamerika geschleust wurden. Es war ebenfalls kein Zufall, dass sich so viele Christen mit einem großen Engagement an der Verfolgung und Ausrottung der Juden beteiligten. Denn hieß es nicht schon im Neuen Testament, dass die Juden den Teufel zum Vater haben und das Blut Jesu über sie und ihre Kinder kommen würde? Dass sich dabei insbesondere evangelische Christen als Judenverächter hervortaten, muss uns ebenso wenig erstaunen. Hatte doch schon Martin Luther das Niederbrennen von Synagogen, die Zerstörung jüdischer Häuser, die Zwangsunterbringung von Juden in Stellen und die radikale Ausbeutung ihrer Arbeitskraft empfohlen. Nicht ohne Grund war der evangelische Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse, geradezu begeistert, als Luthers treuer Rat endlich befolgt wurde. Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als deutscher Prophet im 16. Jahrhundert der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines Volkes wieder die Juden. Blickt man sich heute auf katholischen oder evangelischen Kirchentagen um, sieht man all die friedlichen, freundlichen Menschen, die sich als Christen für mehr Gerechtigkeit in der Welt und die Bewahrung der sogenannten Schöpfung einsetzen. Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass wenige Jahrzehnte zuvor noch ein solch brutaler, antihumanistischer, antidemokratischer Ton in christlichen Kreisen vorherrschte. Allerdings, wenn es Christen gelingen konnte, eine derartige Kehrtwende innerhalb solch kurzer Zeit zu vollziehen, warum um alles in der Welt sollte Muslimen das gleiche Kunststück nicht ebenfalls gelingen? Nun, das ist doch eine gute Frage. Warum nicht? Im weiteren Verlauf des begonnenen Kapitels, das übrigens der islamische Humanismus heißt, beschäftigt sich Michael Schmidt-Salomon mit Ansätzen, den Islam in einer aufgeklärten, humanistischen Weise auszulegen und entsprechend zu der Wandlung zu bringen, die auch das Christentum in den letzten Jahrzehnten bzw. eigentlich Jahrhunderten durchgemacht hat, mit einer Säkularisierung als oberstes Ziel. Ob ein solches Projekt, das mittlerweile einige liberale Muslime, etwa Seyen Artes, Mouhanat Khorchid oder Imam Tawidi verfolgen, im Endeffekt Früchte tragen wird, das kann ich schwerlich prognostizieren. Die Umstände sind zu unterschiedlich. Ich kenne die Argumente, die dafür sprechen, dass eine entsprechende Transformation für das Christentum theologisch besser zu begründen ist. So stehen etwa die meisten barbarischen Passagen der Bibel im Alten Testament, weshalb sie sich argumentieren lässt, sie seien im Neuen Testament überschrieben worden, während der chronologisch gelesene Koran aufgrund des Lebenslaufs seines angeblichen Verfassers seine Gewaltaufrufe eher gegen Ende hat. Auch wenn Jesus anscheinend seine schlechten Tage hatte und bisweilen zu Gewalt aufrief, ist das Bild von einem meist friedlichen Hippie als Religionsstifter doch ein ganz anderes als das von einem Warlord. Andererseits sollte man nie unterschätzen, wie gut wir Menschen darin sind, uns selbst zu belügen. Die christliche Rechtfertigung für eine Trennung von Staat und Kirche basiert im Prinzip vollständig auf der einen Bemerkung von Jesus, er habe kein Interesse an der kaiserlichen Steuerpolitik. Und auch wenn die Trennung von Kirche und Staat in den meisten westlichen Ländern meiner Meinung nach bei weitem nicht gründlich genug ist, so ist der Status quo doch einigermaßen tolerabel. Außerdem ist schwer einzuschätzen, wie sich die technischen Möglichkeiten der modernen Welt auf derartige Prozesse der Wandlung innerhalb einer Ideologie auswirken. Ideen verbreiten sich heute so viel schneller als früher. Und zusätzlich mag es sich als nützlich erweisen, dass all die notwendigen philosophischen Diskussionen im Westen seit Jahrhunderten bereits geführt worden sind. Wir müssen die gesammelten Werke religionskritischer Literatur nur verbreiten, nicht erst verfassen. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan eines liberalen Islam, genauso wie ich ein Fan des modernen Christentums bin. Ich halte es immer noch für eine ziemlich infantile Weltsicht. Aber auch wenn es ein bedeutender Unterschied ist, ob mein Nachbar davon absieht, mich zu töten, weil er an den Wert menschlichen Lebens glaubt, oder ob er davon absieht, weil er glaubt, dass ein Gott existiert, der einen Wert in menschlichem Leben sieht, wenigstens ist so ein friedliches Zusammenleben und ein zivilisierter Austausch möglich. Etwas, das mit Islamisten oder sonstigen religiösen Fanatikern eben jenseits des Vorstellbaren ist. Ob es strategisch nun sinnvoller ist, einen liberalen Islam zu unterstützen oder direkt den Atheismus zu fördern und zu riskieren, sich bedroht fühlende religiöse Menschen damit in einen Prozess der Radikalisierung zu treiben, ich habe keine Ahnung. Vermutlich müssen und werden wir irgendwie beides parallel versuchen. Vielen Dank für eure Zeit, ich freue mich auf eure Kommentare. Genaueres zum vorgelesenen Buch findet ihr in der Videobeschreibung und besonderer Dank geht an meine Unterstützer auf Patreon. Ki lasselein.